Ich soll politisch vernichtet werden. Diese Aussage hat jetzt Hubert Aiwanger in der Affäre um das Flugblatt. Geht es eigentlich wirklich noch darum? Ging es eigentlich irgendwann mal nur darum? Außerdem haben sich die Grünen-Politikerin Ricarda Lang sehr kritisch über die Äußerungen von dem Herrn Aiwanger geäußert und auch die beliebte Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern, Kata Schulze. Interessant ist es, wie Ricarda Lang sich äußert im Zitat hier auf einem Volkfest in Nürnberg. Bürger hätten ein Recht auf eine Landesregierung mit Anstand. Dazu gehöre, dass man sich ehrlich entschuldigt, dass man alle Informationen auf den Tisch legt und dass man auch Konsequenzen daraus gezogen werden. Das vermisse sie bisher beim stellvertretenden Ministerpräsidenten, aber ehrlicherweise auch beim Ministerpräsidenten selbst. Ja, Frau Lang, da habe ich eigentlich nur eine Frage an Sie. Wann werden Sie sich dafür entschuldigen, dass Sie die AfD hier beleidigt haben mit dem Wort NAZIS? Also da sehe ich aber jetzt eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was Sie persönlich sagen und was Sie hier verlangen. Das ist ja unfassbar. Also guckt euch mein Video gerne dazu an. Der AfD-Stadtrat hat auch Anzeige gegen die Dame erstattet. Meiner Meinung nach absolut berechtigt. Zugleich äußert sich aber auch nur die Spitzenkandidatin der Grünen, das ist die Katharina Schulze wiederum. Der Schritt, sich bei den Opfern des Nationalsozialismus und deren Nachfahren zu entschuldigen, war überfällig. Für mich bleiben trotzdem noch viele weitere Fragen offen, sagt sie hier. Ja, ich bin mal gespannt sowieso auf diesen 25-Fragen-Katalog von dem Herrn Aiwanger, was daraus kommen wird. Das sage ich auch, aber ich wüsste jetzt nicht im Konkreten, welche Frage hier offen ist. Frau Schulze, können Sie das mal bitte konkretisieren? Fände ich mal ganz interessant. Wir gucken uns die aktuelle Situation an, denn Hubert Aiwanger hat Fehler zugegeben, hat sich auch entschuldigt oder bittet um Entschuldigung. So rum, man kann sich ja für was entschuldigen, aber bitten um Entschuldigung und so weiter. Dementsprechend, wir gucken uns das Ganze an. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Diese Causa, die wird ja riesengroß. Ich habe euch das hier prophezeit, als ich vor ein paar Tagen bereits eines der ersten Videos zu dieser Thematik gemacht habe. Und sagte, dieses Thema, das wird nicht einfach so unter den Teppich gekehrt. Da wird noch mehr kommen, sei es von der Seite oder auch von der Seite. Sei es Rechtfertigung oder sei es weitere angebliche Zeugen. Komischerweise sind die meisten der Zeugen nicht namentlich benannt. Komischerweise aber sind die Gegenzeugen, so nenne ich sie, die Leute, die sich für den Herrn Aiwanger ausgesprochen haben und zahlreiche Unterstellungen, die gemacht wurden oder Behauptungen, die aufgestellt wurden, abstreiten, dass das vorgekommen ist. Dass sie sich das auch nicht vorstellen können, dass sie so etwas nicht mitbekommen haben. Die lassen sich mit Namen nennen. So zum Beispiel der Herr Augsburger, der mit dem Herrn Aiwanger gemeinsam das Abitur gemacht hat. Also von daher, da ist es schon sehr, sehr verdächtig. Warum nicht? Genauso muss man auch darüber sprechen. Habe ich ja auch ein Video extra nochmal speziell dazu gemacht, dass ein SPD-naher Lehrer, der ehemalige Lehrer von dem Herrn Aiwanger wiederum, irgendwelche Sachen versucht und macht und tut und hin und her. Leute, das ist wirklich Schmutzkampagne. Ganz ehrlich. Und ihr wisst das, ich bin mit dem Hubert Aiwanger nicht so oder sonst was. Im Gegenteil, ich bin sehr hart mit ihm auch in den letzten Jahren schon ins Gericht gegangen und habe ihn dafür kritisiert, wie er sich in der C-Zeit verhalten hat. Insofern, dass es ja auch von seiner Partei, den Freien Wählern, die Maßnahmen, die in Bayern gegalten haben, gemacht wurden. Dass die mitgetragen wurden von der Partei. Das muss ebenfalls auch noch komplett gerichtlich auch aufgearbeitet werden. Ist bis heute nicht passiert. Das darf auf gar keinen Fall vergessen werden. Nichtsdestotrotz, das, was mit dem Mann jetzt an dieser Stelle hier gemacht wird, das ist unsäglich. Wirklich unsäglich. Die BILD hat beispielsweise hier berichtet nach der Pressekonferenz, Freie Wählerchef bittet um Entschuldigung. Aiwanger gibt Fehler zu, heißt es. Er wäre nie ein Antisemit gewesen, hat er hier gesagt und schwere Vorwürfe stehen ja im Raum. Termine hat er abgesagt, habe ich darüber berichtet. Glaubt mir, das ist etwas, also mir persönlich würden solche Vorwürfe auch sehr, sehr nahe gehen, sodass ich da auch meine Termine hinten anstellen würde. Und weiterhin ist er jetzt auch noch rausgekommen, er habe angeblich auch noch hier das Buch Mein Kampf dabei gehabt. Also wisst ihr Leute, das ist schon wirklich so krass, was hier abgeht. Dann aber auf sein Zitat einzugehen. Ich sollte politisch vernichtet werden, sagte er unter anderem auch noch in der Pressekonferenz, wie gerade eben ja schon angekündigt. Und dann heißt es nämlich hier weiterhin bei der Pressekonferenz im Ministerium, sagte er, als üblicher hätte er Fehler gemacht, die er zutiefst bereue. So bat Aiwanger für das Auschwitz-Flugblatt um Verzeihung, das bei ihm während seiner Schulzeit in der Tasche gefunden wurde. Nochmal, er habe es nicht verpasst. Sein Bruder nämlich, soll ja der Verfasser gewesen sein, Aiwanger nannte das Pamphlet abscheulich. Und, im Zitat, meine aufrichtige Entschuldigung, gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes. Er stellte klar, niemals ein Antisemit gewesen zu sein, heißt es hier weiterhin. Oder dann auch, macht er hier ganz klar, nicht akzeptabel ist, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Und ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Und laut den Erzählungen, die wir ja auch über den SPD-nahen Lehrer gehört haben, ist das meiner Meinung nach sehr, sehr naheliegend. Ein gewisses Ziel hinter steckt, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es mal unten rein. Und ist es nicht verrückt, wie hier mit mehreren Maß gemessen wird? Und nicht mal mit zweierlei Maß, sondern mit mehreren. Wir haben einen Bundeskanzler, der sich an zahlreiche Sachen nicht erinnert. Dann stellt er sich aber in Meseberg hin mit Robert Habeck und Christian Lindner und wird auf die Frage angesprochen, wie der denn dazu stehen würde und so weiter. Und äußert sich dann, er verlangt hier eine klare Aufklärung und lupenreine Westen nach dem Motto. Und was ist mit der Cum-Ex-Affäre? Was ist mit der gesamten Situation um Cum-Ex? Die ist bis heute auch nicht in wirklich einer Gänze aufgeklärt worden, wie es denn sein soll. Besonders muss man ja dazu sagen, was hätte denn der Herr Scholz an der Stelle dann, wenn es ein guter Journalist gewesen wäre, gesagt, wenn er gefragt worden wäre, und was ist, wenn der Herr Aiwanger sagt, er hat Erinnerungslücken, er kann sich nicht mehr erinnern? Wie würden Sie denn dann reagieren, Herr Scholz? Sie kennen sich doch mit Erinnerungslücken ganz gut aus, oder? Wisst ihr, Leute, dieses Messen mit zweierlei Maß ist einfach an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Exakt daneben haben wir dann einen Robert Habeck stehen, der das Verhalten, wie mit der Situation umgegangen wird, dann auch noch bemängelt. Und da möchte ich gerne abermals in diesem Video auch daran erinnern, wie der Herr Habeck um die Greichen-Affäre im Mai diesen Jahres mit umgegangen ist. Das fand ich ebenfalls absolut unsäglich und nicht passend für einen Minister. Und ebenfalls wurden hier keinerlei Konsequenzen getroffen. Nein, ein Rücktritt oder Ähnliches ist nicht passiert. Und man kann jetzt an dieser Stelle, ich breche mich ja immer überparteilich aus, aber speziell auf den Hubert Aiwanger als Vizeministerpräsidenten ganz klar sagen, er muss stark bleiben, er muss das aushalten, was jetzt gerade passiert. Das ist nicht leicht, das will ich nicht runterreden oder Ähnliches. Aber er hat jetzt meiner Meinung nach noch mehr die Verantwortung, in seiner Position zu bleiben, nicht zurückzutreten. Denn für mich persönlich sind diese Sachen gerade aufgeklärt. Für mich sind sie komplett aus der Welt und komplett aufgeklärt. Das, was nicht aufgeklärt ist, ist Cum-Ex. Und wir können ja gerne mal darüber diskutieren, was ihr wichtiger findet. Schreibt mal in die Kommentare, sollte Cum-Ex aufgeklärt werden oder sollte dieses Flugblatt aufgeklärt werden? Ganz ehrlich, da sehen wir eine Interessenverschiebung, die ist nicht passend. Und dementsprechend, der Herr Aiwanger muss verhindern, dass Schwarz-Grün kommt. Das ist jetzt noch größer seine Aufgabe. Denn, das habe ich ja auch schon vor Tagen in meinem Video dazu geäußert, ich gehe ganz klar davon aus, dass man diese Gunst der Stunde nutzen möchte. Und denkt an meine Worte, ich glaube, das könnte sogar wirklich kommen. Das hängt jetzt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Je nachdem, wie der weitere Ablauf in dieser ganzen Thematik hier sein wird, kann es sein, dass natürlich ein Söder sich hinstellt, nee, das ist für mich nicht klar, das ist nicht richtig aufgeklärt, da möchte ich nicht mit zusammenarbeiten mehr. Jetzt mache ich es mit den Grünen. Ihr habt es ja so gewollt, so nach dem Motto. Das könnte ich mir wirklich beim besten Willen vorstellen. Und nochmal an diejenigen, die es in die Kommentare reingeschrieben haben, dass der Söder sich ja gegen eine schwarz-grüne Koalition mal ausgesprochen hat. Ja, gerade deswegen gehe ich ganz genau davon aus. Denn das Fähnlein im Wind, das dreht sich immer am schnellsten, wie wir wissen. Es ist doch unterm Strich, nochmal zusammengefasst oder abschließend, es ist doch alles gesagt worden. Was soll jetzt auch noch in diesen 25 Fragen kommen? Auf die warten wir ja auch noch. Da bin ich ja mal gespannt. Erstens, was sollte da gestellt werden? Was waren das für Fragen von dem Herrn Söder, die der an den Herrn Aiwanger gestellt hat? Und was erhoffen sich da verantworten? Was soll da großartig drinstehen, was jetzt diesen gesamten Sachverhalt nochmal irgendwie ändert? Ich persönlich möchte Ermittlungen gegen diesen SPD-nahen Lehrer. Das wäre angemessen. Von an der Stelle noch ein wichtiger Hinweis. In der nächsten Woche, am Mittwochabend, wird Dominik Kettner von Kettner Edelmetaller auf seinem YouTube-Kanal gemeinsam mit Ernst Wolf einen Livestream machen über die aktuelle Situation. Und dementsprechend unterhalb des Videos findet ihr einen Link. Meldet euch ganz kostenfrei und unverbindlich natürlich für diesen Stream einfach mal an. Und jetzt bin ich raus und bin gespannt auf eure Meinung bezüglich Aiwanger. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.